AP berichtet, retired Catholic Bishop endorses Health Care Bill, Washington, retired Catholic Bishop is announcing his support for President Barack Obama's Health Care Overhaul despite the Church's official opposition. Ein katholischer Bischof im Ruhestand unterstützt das Gesundheitsgesetz, wieder unterstützt ein Katholik, noch dazu in herausgehobener Position, dass die Beendung von gesundem Leben, von gesundem Leben eine Gesundheitsmaßnahme ist oder sei.